Moin und Willkommen in Stillwater Bayou, bei fünfem Wetter, mit einem Randoned Geo, auf der Suche nach der Spinne und Scrap Unit. Wir finden uns zum Glück im Gebiet von Scrappy, weil für die Spinne habe ich mal wieder keine Waffen dabei. Da war mal kurz mein Sound weg, deswegen bin ich hier noch mal hingehockt. Oh! 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 Ja. Das müsste sie gewesen sein. Ah, da bin ich zu spät. Oh, 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 da bin ich zu spät. Gefährlich von der Wasserseite aus darüber. Aber viel anderes bleibt uns gar nicht üppig. Die und die und die und die und die. Immer wieder. Sollte. Sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss aber nur aufpassen, dass die nicht auch noch einen zurückgelassen haben. Ja, einer ist drin geblieben, einer rennt weiter. Wie es aussieht, das ist tatsächlich nur ein Duo. Was sich an der Theorie im Kleinvorteil geschaut hat. Was sich an der Theorie im Kleinvorteil geschaut hat. Was sich an der Theorie im Kleinvorteil geschaut hat. Was sich an der Theorie im Kleinvorteil geschaut hat. Nice. 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 gg, well played